Als ich vor knappem Jahr das erste Mal ein Video machen wollte, ein Let's Do Something, saß ich auch in meinem Auto und habe auf Smikus gewartet. Und warum sollte es heute anders sein? Ich warte mal wieder auf Smikus. Super! Inzwischen ist die Sonne untergegangen, die Straßenlaternen sind an, aber Smikus ist endlich da! Ja, dann können wir jetzt ja los. Wir sind nämlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir müssen jetzt erst noch fahren. Let's have some fun. Let's go outside. Let's do something. So, wir sind heute hier in Warndorf unterwegs auf der Kürbis. Genau, wir schauen uns gleich das Abschlussfeuerwerk an. Genau, einfach mal ein bisschen das schöne Leben genießen. So sieht's aus. Wir sind jetzt noch nicht da, wo wir hinwollen. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our side. And I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Bye. Outro Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind jetzt nochmal in der Altstadt unterwegs. Samstag hat hier alles geleuchtet, heute nur noch ein kleiner Rest. Das Mikro macht da hinten Blödsinn. Aber wir gucken jetzt, dass wir trotzdem mal baden, wie das hier so aussieht. So, nach dem Feuerwerk haben wir uns hier nochmal ein bisschen die Altstadt angeguckt, haben uns hier in der Ecke gesucht, wo ein bisschen Licht ist, um nochmal Tschüss zu sagen. So sieht es aus. Aktuell befinden wir uns auf den Weg zum Auto und dann geht es wieder nach Hause. Genau. Und ja, das war unser kleiner Ausflug. Und wir hoffen, euch hat es gefallen, das geht noch nach oben nach. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal irgendwann mit irgendwie irgendeinem Video wieder. Ciao. Ciao.